Hallo und herzlich willkommen zurück bei Yoshis Crafted World. Ich bin Mahadevi und es ist Zeit für Welt Nr. 4, die Minenwagenhöhle. Ich bin gespannt. Ah ja. Die ist eigentlich ganz cool, das Level. Oh warte, da sind die ersten roten Münzen. Und der erste umgedrehte Wagen. Tada! Ihr könnt übrigens auch schlucken und werfen, die Viecher, ne? Zeig ich euch gleich. Tada! Und da war der Weg dann frei. Ne, da kommt nichts mehr. Ne. Okay. Ja, da kommt das dann hin. Okay, aber damit beschäftige ich mich grad noch nicht. Ich gehe erstmal hier rüber. Da war ja auch noch was. Uh, 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 Geld. Vor allen Dingen. Eine rote Münze. Ah, der ist auch schon. Oh. War die hier, oder? Ja. Mit dem Rätsel habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Das hatte ich schon total verdrängt. Stimmt, hier waren relativ viele Blumen. Ja, richtig viele. Alter. Okay, mal gucken, ob da noch was kommt. Ja. Da kommt tatsächlich noch was. Unter anderem. Drei rote Münzen. Aber hier geht's weiter, oder? Dann gehe ich nochmal hoch. Guck, ob da noch was ist. Ne, nur die drei Münzen. Okay. Die mach ich mal weg, das stört mich. Das ist nicht das Paket, in anderer Form. Wobei, das hätte jetzt eigentlich auch rechtes Auto für was gemacht. Ah ja. Da ist die zweite Blume. Hier lohnt es sich echt immer mal wieder zu gucken. Oh, nochmal rote Münzen. Gut zu wissen. Übrigens, da unten an der Box können wir uns ein neues von den Dingern abholen. Oh, hier ist eine Blume. Okay, aber bevor ich da hochgehe, schiebe ich ein Ihmchen erstmal weiter runter. Ha! Da ist Blume Nummer drei. Und schonmal war's hier oben. Ah, die sind auch wichtig. Für volle Läden gibt's eine Blume. Mitgenommen. Ah, da hinten ist das Paket. Ne? Nochmal? Jetzt. Ich hab das Gefühl, wir haben hier nirgends noch was vergessen. Ne? Haben wir nicht. Gucken, ob da unten was ist. Auch nichts. Ah! Hier ist eine Bombenwand. Ah, da ist die Blume. Alles klar. Nee. Ich weiß nicht, wie viel rote hab ich eigentlich schon. Zwölf. Und... Jaja, der Rest. Der kommt noch. Oh! Oh! Ein Auto! Oh! Und dein Geldregen und deine rote Mäste. Sehr schön. Geld einsammeln. Das ist wichtig. Was ist hier? Oh! Ich brauch nen Bomber. Ich schätze mal, im normalen Modus könnt ihr an der Stelle einfach das Auto zurückschieben. Aber was bringt mir das jetzt? Wer weiß. Oh, es ist wieder eine Blume in der Nähe. Und noch eine. Und noch eine. Okay, aber erstmal die eine, dann die andere. Aha! Und dafür brauche ich das hier. Aber das hilft mir jetzt auch nicht da rein zu kommen. Ja, dann arbeite ich mich jetzt hier einfach nach oben. Tadisch. Mit Münzen und ne Blume. Ich weiß aber, dass das nicht der vorgesehene Weg ist. Ich glaube, man hätte das Auto hier abstellen und den dann mitnehmen müssen. Wer weiß. Tadisch. Wer ist dahin? Das hätte ich nicht. Das hätte ich mir ein bisschen besser überlegen müssen. Okay, ich sehe jetzt hier auch nichts mehr. Da kommt auch nichts. Ja, wir machen mal weiter. Achso, damit ihr euch nicht wundert, ich habe das Sammeln der Münzen später reingeschnitten. Ach, schau an. Da brauchen wir dann wohl so ein Bonbon. Und dann. Wo läuft jemand da auch noch hin? Hier gibt es nur Geld. Ah, okay. Ich muss mir noch so ein Ding holen, damit ich da rüber kann. Aber da komme ich jetzt erstmal nicht so ran. Ich gehe erstmal hier lang weiter. Es wird schon alles irgendwie am Ende aufgehen. Ah, jetzt muss ich gucken, ob hier irgendwo auch rot dabei sind. Ah, guck mal hier! Und hier fahren wir dann einfach wieder runter. Mal sammeln die anderen dann schon ein. Oh! 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 Äh, ja. Da habe ich gerade nicht schnell genug geschnallt. Und weiter rote Münzen. Und wieder volle Herzen, sehr gut. So, mir fehlen noch drei Münzen. Drei, weil ich ja eine verpasst habe, die ich dann später reingeschnitten habe. Wo sind die drei Münzen? Die restlichen drei sind dann auch reingeschnitten an der Stelle. Gut, das war's. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wir sehen uns gleich wieder im nächsten Teil von Yoshi's Crafted World. Gib mir einen Daumen nach oben, hinterlasst mir einen netten Kommentar. Und wenn ihr noch kein Abo habt, abonniert mich und drückt die Glocke. Bis dann! Tschüss! 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 Tschüss!